Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Rock of Ages 2 heute gegen Maudado. Bewertet im Part und wie immer viel Spaß. Hier ist hier wieder eure lieblings Giraffe. Giraffe. Was ist denn da oben? Oben. So, was ist denn bei dir heute? Heute werde ich dich aus dem Leben büllern. Ja, das glaube ich nicht. Liefert eine feurige Explosion, wenn er aufgeladen wird. Aber das ist eine Palette, den wollte ich auch gerade gleich nehmen. Nee, weiß nicht. Das Meta Plus. Ich würde gerne nochmal den da nehmen. Der ist irgendwie funny. Und dann probiere ich das nochmal. Okay, Schießpulver, Felsblock nämlich auch. Das meinst du wahrscheinlich gerade, oder? Ja, genau. Den probiere ich nochmal. Ja, okay. Ich auch. Den habe ich ja für dich letztes Mal getestet. Ich würde dich ja gerne einmal zerstören. Da war theoretisch das Kriegsschiff mit das Beste. Zumindest damals. Der da. Genau, der Himmelsbulle. Den in Verbindung mit dem Schiff. Ich probiere das. Ach so, wenn ich keinen zweiten Ball nehme, dann kann ich mehr Sachen... Nee, nee, nee. Nimm bloß den zweiten Ball. Das ist unfair. Ach, ich will aber zwei, zwei, mehr Sachen. Nee. Mehr Sachen dahin hauen. Nein. Oh, nee. Dann habe ich aber richtig schlechtes Zeug jetzt, Manu. Oh, nee. Es geht los. Ja. Ja, okay. Ja, ja. Ich wähle den da. Ach, Mann. Ich eröffne nicht mit dem. Ich eröffne nicht mit dem. Ich bin ja nicht blöd. Ich schon. So, und als erstes baue ich mal. Wo ist es denn? Ach, da wird es ja sogar angezeigt. Stimmt. Lell. Ja. Ach, da war es hin. Da war es hin. Und da unten auch noch. Okay. Dann packe ich mal. Die habe ich halt echt schon seit Ewigkeit nicht mehr. Ja, das plane ich hier so. Ich mache nicht so Futsch. Ja, ich habe auch ein paar richtig krasse Ideen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Warte mal. Dann den Jungen. Nein, ich habe jetzt schon kein Geld mehr. Hä? Äh. Boah, ich weiß nicht. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Ich habe schon lange kein Geld mehr. Alter, du hast ja richtig rausgehauen. Du kommst jetzt. Okay, 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 okay. Komm schon. Kleine Kugel. Ich drück schneller als du. Ich bin da. Ich bin da. So, Leute. Ich sehe nichts, mein Bildschirm ist schwarz. Okay, jetzt sehe ich was. Du hast den Feuerball. Ich darf jetzt nicht zu schnell fahren, weil ich sonst einen ganz, ganz bösen Unfall habe. Ich hüpfe am besten immer wie ein Dulli. Aber wie soll man das denn time genau in dem Moment da zu explodieren, wenn man vorne am Tor steht? Ich glaube, das time ich das nicht. Das geht doch gar nicht. Ich kann da ja klar, wenn du halt den Zünder ganz oft aktivierst. Alter, ich kenne halt. Alter, ja klar, aber wenn du zu früh explodierst, dann machst du gar keinen Schaden. Genau, richtig. Alter, die Route hier ist ja richtig komplex. Was geht denn hier ab? Ich habe gerade erst mal all deine Minen zerstört. Ich habe keine Minen platziert. Ich habe nur am Ende was platziert. Hä? Ach so, die Minen. Die Abbau-Minen. Ja, ja, ja. Ich habe gedacht, die ich nicht in die. Geld. Ach so. Stimmt, die hätte ich auch. Ach, guck mal. Ich kann mich sogar so platzieren, dass ich da gar keinen... Aha, mhm. So, und jetzt kommen all deine Leute raus. Alter, was ist das? Wie groß sind die? Ich bin echt gespannt. Oh Gott, es will. Ja, ja, du bist... Du, ich habe es geschafft. Du bist da am Festhängen. Ich will auch. Ja, zerstört ihn. Ja, lecker. Alter, was war das? Kann ich da hoch? Darf ich das? Nee, das darf ich nicht. Alter, ich bring die um. Oh mein Gott. Was hast du denn? Ich bring die um. Nein, da ist Wind, ich sehe es doch. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Was war das? Ich bin viel zu klein. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Explodier. Ich habe deine Minen nicht kaputt gemacht. 240 Schaden. Das war richtig dumm. Und er hat meine Minen gar nicht zerstört. So ein Trottel. Ja, ich wusste es nicht, dummikopf. Habe ich viel Geld? Ja, und mit so viel Geld ist das echt toll. Dann da noch einen hin, da noch. Ja, alles schön voll. Okay, 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 okay. Ich kenne ja jetzt die Map, weißt du? Die Giraffe hat studiert. Dann baue ich hier eine Bullen hin. Hä, schon fertig? Wie, warum? Hättest du fertig gebaut bei dir? Ja, aber ich will noch nicht los. Ich will noch bauen. Okay, ich gehe los. Ja. Guck mal, ich bin blau. Ich bin blauer Donut. Als ob der Junge blau ist. Okay, ich fahre los. Ich bin wieder der Feuerball. Ja, ist egal, ist egal. Ich schaffe es trotzdem früher. Der Feuerball macht halt echt gut Damage. Hä, warum schießen die nicht auf dich? Weil die ein bisschen Zeit brauchen. Hä, du warst doch schon richtig langsam. Loll. Ich zerstöre hier wieder alles. Danke für dein Geld. Ich mach jetzt auch dein Zeug kaputt. Ich mach jetzt auch kaputt. Ich hab keinen Bock mehr auf den ganzen Mist. Mit diesem ganzen Geld. Giraffen haben gar kein Geld, weißt du? Hä, die sind halt echt. Natürlich hast du Geld. Die Gesellschaft der Giraffen ist über das Geld hinausgewachsen. Und genau mit dieser Kraft der vereinten Lava werde ich jetzt deine Tür treffen. Dir ist schon klar, dass du verloren hast? Guck mal, dein Lehmann. Und ich bin jetzt da. Du bist gar nicht da. Doch. Erstens, dein Rad wird nie genügend Schaden machen. Also, wir werden beide drei Runden gehen. Oh Gott, ich bin viel zu schnell. Und deswegen werde ich das gewinnen. Das gewinnen. Scheiß auf alles. Da ist ja noch ein Windding. Egal. Einfach zerstören. Sollen jetzt. Anschwung. 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 Okay, okay, okay. Der kriegt die Tür nie im Leben auf. Der kriegt die nie im Leben auf. Yes, Donald. Alter, wie viel Schaden ich gemacht habe, aber trotzdem drei Runden. Ja, wir haben ja genau gleich viel. Ja. Heißt, ich nehme jetzt nicht die Explosionskugel. Jetzt geht es um alles. Okay, dann mache ich jetzt. Hier geht es halt wirklich um alles. Ja, warte mal ab. Warte mal ab. Da kannst du halt gar nicht durch. Egal, was du machst. Hier noch ein paar Tiere hinkleistern. Okay, also sind meine Ballisten komplett useless, meinst du gerade? Ja, genau. Ja, das wirst du halt wirklich niemals schaffen. Guck dir das an. Ja, ich mache das. Ich mache das. Ich werde das machen. Ich habe hier vier Tiere, vier von den Luftballons, 30 Kühe. Ich muss ihn einfach nur lang genug aufhalten. Ich muss ja nur durchkommen. Du hast ja so wenig Leben. Wenn ich durchkomme, reicht es ja schon. Nur, klar. Du hast ja echt... Nee, eine Mine hast du stehen lassen. Danke. Kein Ding. Das ist ja eh die letzte Runde, Mann. Oh ja, ich geh. Ich bin viel schneller. Du bist ja viel vor mir. Oh nein. Tschüss. Hey, warum so viel? Ach, weil die ist viel schneller gebaut wie die Kugel. Ja, genau. Oh, nee. Ja, und die fährt sogar noch schneller, theoretisch. Oh, was ist das denn hier? Leckeschmicker. Oh, das ist ja. Ja, nimm das. Einmal hier durch. Wow. Oh Gott. Okay, ich fahr los. Ich fahr los. Nein, der hat mich getroffen. Ja, aber es macht ja keinen Unterschied. Außer du gehst komplett kaputt. Aber ich... Nee, nee, nee. Das ist vorbei. Ich habe dir vor allem so viele Sachen in den Weg gestellt. Ich spüre, ich schmecke schon das Ende. Ja, schmeckst du das Ende. Wow. Wir müssen nicht damit rechnen, was ich dir da reingestellt habe. Doch, doch, doch. Tu ich guck. Ich zerstöre es gerade. Was ist denn zerstöre? Ich kann einfach dann vorbei. Oh, hier ist ja gar nichts. Alles. Hä? Das ist ja nichts hingestellt. Hä? Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Hä? Wie kann das sein? Nein, warte. Giraffen sind unter Artenschutz. Du darfst mich nicht töten. Du darfst nicht töten. Ich rufe. Ich will sowieso noch sehen, was da abgeht. Wo bist du lange fahren? Da war dran vorbei. Da sind... Secret-Weg, oder wie? Was warst du denn da gerade? Was war der... Was hast du gemacht? Was hast du da gerade gemacht? Ich verstehe nicht, wo du warst. Ja? Okay. Hallo, halte dich nur auf. Hä? Wir schaffen die nicht. Ah, danke. Hä? Was hat... Hä? Tja, der Stammfahrer von meinem... Wurde plötzlich angestammt. Oder wie? Guck mal. Ich werde die ganzen Kühen. Guck mal. Nix hat mich getroffen. Ja, egal. Du bist tot. Ja, ich mach die Tür noch auf. Nein! Du Dixi! Da, ich springe auf deine Erleichterung. Und zerstöre deinen Rank. Nein, nicht mein Rank. Erstmal die Route auschecken. Da starte ich. Dann fahre ich hier so lang. Okay. Ich verstehe das. Ja, es ist leider keine Map, wo man Abkürzungen nehmen kann. Das hätte ich gerade eigentlich gerne mit dem Ball gemacht. Hä, bei der Map davor gab es Abkürzungen? Nee, das nicht. Das wollte ich damit jetzt nicht sagen, ne? Oh, vielleicht kommst du da nicht durch. Das wäre ein bisschen unfair. Oh, was für Barrikade, Mann. Ist das geilo. Oh nein, die bauen viel zu schnell, Manu. Ja, ich bin da. Du auch? Die bauen hier viel zu schnell. Oh, du, Alter. Da komm mal, was ich bin. Ich kann fliegen. Ja, du bist ein Luftballon. Ja, das bringt mir überhaupt gar nichts hier in der Map. Hä? Ja, doch. Aber du kannst über alles von mir drüber springen. Ja, klar. Und? Was ist hier? Was ist das? Bro, bin ich schwach. Da ist ja gar nichts. Außer deine doofe Bank. Oh nein, mach nicht die Bank kaputt. Doch. Da komm mal, wie schwach ich bin. Ist das jetzt nicht... Warte, warte, warte. Du kannst einfach alles von mir skippen, aber dafür wirst du wahrscheinlich auch viel weniger Schaden machen. Ja, ja, ich mach viel weniger Damage. Dafür wirst du viel weniger Schaden. Guck mal, ich bin Mond, Manu. Krieg ich einfach nichts. Ich hab Mond. Siehst du das? Ja, was bringt das? Ich bin ein Planet. Der kann ein Gebäude von dir besser kaputt machen. Ach so. Aber machst du ja nicht, ne? Du hast ja Ehre. Ja, klar, ich mach alles kaputt. Hier. Bank kaputt. Ja, aber warum? Ja, weil ich fies bin. Nein, 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 da ist doch... Ach, deine doofe Bank. Ich bin ein böser Fiesling. Hä, man kann hier doch abkürzen. Warum lügst du so? Kann man gar nicht. Du bist gerade auf die Fläche da drauf gegangen. Nein, es zählt, das ist tot. Ey, ach komm. Spiel, das war doch kein Tod. Man kann doch nicht abkürzen. Ich wurde nicht angelogen. Ja, zerstört. Ey, wie ich hier gerade acht Stunden opfere, nur um deine Bank kaputt zu machen. Ist das der richtige Weg? Ich hab deine Bank auch kaputt gemacht. Ich hab die auch kaputt gemacht. Ich hab keine Ahnung. Was ist das hier für ein Chiloland, ist die Frage. Hä? Ich kann da ja einfach vorbei. Kann ich hier drüber? Au, deine... Nein, ach Gott, Mann, ich explod mir hier rum. Oh, das war echt nicht viel Schaden. Ich hatte echt nicht viel Schwung. Du hast... Du warst schon da? Ja, klar, ich bin doch kein lahmer Mato. Das war nicht viel Schaden. Guck mal unten meinen Balken an. Würdest du mich verarschen? Welcher Balken? Guck mal, nimm das. Hä? Hast du mich nicht getroffen? Oh, das ist aber doof. Ist ein bisschen unangenehm. Ui! Genau, in deine Bank rein. Ui! Nein! Da kann man ja echt überall drüber springen. Ja, guck mal. Was ist denn das? Wuuu! Da, ihr baut was. Aber ich zerstör's noch. Oh nein, das braucht ja. Das braucht ja ne Weile, um aufzubauen. Ja, ja, ja. Was? Du bist doch ein Betrüger! Ja, ist das! Wie ist denn das denn? Wie ist denn das geglackt hat? Was ein Trottel? Ach, Mann. Und wie viel Schaden mache ich? 110! Alter! Hä? Ich hasse mein Leben. Vor allem ist da kein Platz mehr für eine neue Bank. Wie bitter ist denn das? Ach, Mann. Oder kann ich die Bank einfach so davor stellen und die können das? Ach, Mann. Oh, Meta. Ach, ich hab kein Geld mehr dafür. Ich hab... Oh, Gott. Was? Du Miekopf wie... Du Miekopf. Alter, ich bin so Rampage drauf. Ja, roll doch mal lieber, Manu. Du musst echt viel Zeit aufholen. Kann ich rollen. Brauch noch ein bisschen. Wie? Wie? Du kannst nicht rollen. Dann roll ich halt hier über das Land. Ja, ja, ja. Ah, trotzdem getroffen. Do wie, ne? Du Hovi-Kopf. Wie erwartet. Wie erwartet. Ja, klar. Ja, dann roll doch mal los, Manu. Roll als Opfer. Das tut wach. Das tut wach. Nein. Einmal noch. Einmal noch. Ja. Der kann nix. Und ich roll. Was heißt das? Du hast die ganze Zeit nix gebaut? Doch. Ich hab... Ich hab was gebaut. Was ist bei dir passiert? Ich wurde eingestampft. Oh, schade. Gut, ich lass dir alles. Ich hab halbe Leben verloren. Das halbe Leben ist schon weg. Ja, aber ist ja egal. Noch... Also, ich muss dich ja wenn, dann zerstören. Warum kannst du... Was ist das für eine Map? Hä? Wie kannst du denn alles... Hast du's gerade gesehen? Ja, was passiert? Deine Schiffe haben mich ultra abge... Alter, wehe. Die treffen mich jetzt nochmal. Bitte. 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 Ja! Ihr seid die Besten! Okay. Ach, 4 und 80 Schaden. Was? Okay, ich muss noch zweimal rollen. Egal. Trotzdem bist du immer noch vor mir. Ich hasse das. Aber nicht, nicht. Du doof wie Kopf. Ich mach das. Ich hab halt da gar nichts. Nein, ich... Komm schon und schießt auf dich. Was? Unfair. Also, die sind ja komplett opiert am Ende. Die sind richtig krass. Ich baue da nix anderes mehr. Ja. Oh ja, lecker! Und nochmal denselben. Wie geht's deinem Ball? Ja, der ist jetzt wieder gleich da. Oder bist du ja? Ich muss nämlich mit vollem Leben ankommen. Okay. Was machst du denn da? Warum wartest du denn? Da war mein Blitz. Ich will nicht gesappt werden. Ja, aber warum nicht? Alter, bin ich langsam, kacke. Ja, nochmal getroffen. Der kann wieder nix, Leute. Oh Mann! Und? Nein. Oh Gott sei Dank. Ich bin so ne Schande, ey. Oh Gott sei Dank. Los, kleine Murmel. Los. Ja, oh lecker. Alles unfair. Wie gut ich treffe. Auf damit, das ist nicht fair. Warum spielst du so unfair? Da, 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 da. Jetzt mach doch! Ich, 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 ich geh los. Es wird wieder... Oh nein. Ey, du kannst das halt jetzt beenden. Nee, nee, kann ich nicht. Ich mach nie im Leben genügend. Schade dafür. Ja, aber mit dem Mond? Du bist doch ein eigener Planet. Nee, der macht, der macht... Ach so, ja klar, aber... Aber Planet sein ist nicht alles, Manu. Ach, saust du gerne. Meinst du, ich werd irgendwann mal zu einem... Irgendwann... Oh nein. Oh nein, oh nein. Die schießen auf mich. Diese dummen Dinger. Ich hasse diese Luftschiffe. Du... Ja! Oh, wie schön! Ohne Mist, wie gut war das denn? Und du willst einfach noch weiter... Gar keine Geschwindigkeit! Alter, war das gut! Wenn ich zurückgebe... Alter, ist das nervig. Ich raste aus. Du bist einfach so blöd und zerstörst einfach nicht die... die Geschosse. Ihr Junge, ich muss ja zweimal rollen in der Geschwindigkeit, in der Du. Ist mir egal. Hä? Wie unfair. Elo schießt nochmal. Schießt nochmal auf den Jungen. Nein, 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 nein. Ja! Ja! Was? Ich bin drin! Oh mein Gott. Dieser Hacker! Er hat so viel schlechter gespielt. Das hat er nicht verdient. Ich hab so gut gespielt. Ja! Roll mich doch! Oh! Oh! Ja! Beide Elo! Beide Elo! Okay! Dann bewerte den Part. Schaut noch in die Videobeschreibung. Da sind ganz viele tolle Sachen verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis dann! Schaut noch in die Videobeschreibung. 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 Vielen Dank.